und da bin ich halt unten auf die ehren Linke in die Hälfte was sind jetzt ich halte die Linken aus mit Messer den Linken schaltet er aus, den Rechten musst du übernehmen ich nenne da seit ich rechten du nimmst den Rechten, dann nehme ich den Linken alles klar eins, zwei, drei ja, ich hab einen Top-Shows direkt nimm die Spritzen ja, das brauchen wir, oder, hey, hier ist Stoff für uns oh ja, Stoff ich glaub, das war eigentlich ganz gut wie wir das gemacht haben jetzt machen wir das mit den Spritzen noch nicht wieso nicht, nee, nee so, ich muss erst mal wieder in den Spiel rein kommen den nicht töten, da sind zu viele ich geh mal hier rechts rum also wir haben das gerade eben ganz gut gemacht, nur dann... hier vorne steht noch einer, warte, ich kann den Messern oh scheiße, er tritt dich um warte, warte, warte totfall, ich gebe dir Deckung, notfalls gebe ich ihn mit Schock und wer ist so gut? pass auf, Vangelia, geh zurück, sehr schön geh wieder hinter die Wand ne, da, die Wand, die Wand, meine ich das, wenn es das, wenn es, ja, gegnern sich, da, guckt in unsere Richtung da, guckt in unsere Richtung dann, da, 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 da dann, da, da, da was tut sie da? weiß ich nicht, Kopfschüss naja, nicht jetzt geht's los ich hab ihn heimlich getötet, ne, also, mir kann es nicht liegen ok, gut, schlimm dann hat's eben, ja, doch, denn die Leiche gesehen ja, muss man nicht die sind aber doch gar nicht so dumm, ich dachte naja sind schon alle weg ja, geil ja, das war sehr schön ja, das war sehr schön hat es mir grad verkackt ohne mich ja ja, sorry ich denke, das geht ja, ja, wirklich so schlimm, was ist das denn? hat er dich bei Henni angerufen oder was? ja, der hat mir selbst geschickt und äh, irgendwie finde ich keinen Teil zurück zum Kampf und wir haben sie zu Hause ich habe eins ich habe kein eins es ist hier natürlich immer von einem Moni mit dem Abschluss okay okay muss die eben auch mit Zünder du musst die die Vorderung bei mir aber nur gehen Kiel Zugstatus operieren Sender Treppen ich habe mir jetzt einmal ganz kurz und dann Ich repariere Wenn ihr beide repariert und ich das machen soll, das vergiss es Nein, 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 nein Du reparierst weiterhin, Robert Und wir kämpfen hier Die kommen direkt Stina, pass wieder auf auf die Messer Typ Ja, ich weiß, ich sehe nur nicht, was die haben Ich hab den gesehen Anderer von uns Pass auf Wow, Messer Mann, Messer Mann Was, was, Alter, Alter Okay, ich, ich kämpfe ein bisschen mit Ich glaube, das ist eine Wunsch-Hart Alter, Alter Robert, tut das ja Walsch Ist das wie getan? Alter, Alter, Alter Was, der kommt ran? Wow Gut Ja, ich auch Sie ist tot? Ja, jetzt wieder im Leben Danke schön So, da ist der noch Hab den Angie, drück mal T Danke Kein Problem Ich muss nachladen, das ist toll Mit Messer Beziehungsweise, das ist wohl eher eine Machete Boah, hier steht einer Das bin ich Auf Oh, nein, gepanzerter, gepanzerter Ja, Wetterchen, Wetterchen Frost kommt Hinter dir Wenn ihr mich matten lasst, würde ich den tot Was auf, Angie Ja, dann geschützt mich Nein, da war nämlich einer gerade Ich glaube, meine Waffe ist recht gut gegen ihn Das was tut, ist was dann Ich kriege den, ich kriege den Ich muss mal hier aufhören Das war heftig, glaube Gut, ich nehme mal was tolles mit Na ja, ich habe schon alles Du weißt was, ne? Nee, ich hatte das noch einer Ich hatte das noch einer Vorsicht, da kommt einer mit der Molly Ich habe es in der Regel mitgenommen Mit einer Molly, mit dem Molly Die Molly Da ist weg Da ist weg Ahr als er hat er was in den die Städte Schmerz das sind das war knapp wie der Wettbewerb und die Hälfte ich bin um ihn hier schon mal vor denkt aber daran dass jeder Prozent gestorben sind an der Einstelle Nein 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 die Kräste kann keine Muni nehmen Kinderkrieg Klinien Achtung Sebrütsch um und im Kiel ja und unterwegs ja das sind so wird hat schon erledigt mit dem Konvoi das ist komisch wie der eine Typ uns nie hilft aber trotzdem am Ende immer da ist ne? Jetzt kommt ein kleiner Wettkampf ja mit Sniper, die Sniper sind mega scheiße ich komm damit voll klar ich weiß gar nicht was wir gegen die Husten was wir denn machen? Snipen! so wie sie nicht die Woche ist mir kacke ich kann euch alle markieren da hat er sich an ich weiß nicht wo die sind als schiesig vorweg und der steht einer von den Arschen ganz sicher die anbarten doch steuern der Steuerung äh umschalten umschalten gedrückt halten ja ja Raketenwerfer ich habe ein bisschen wieder zählen danken ja im Lauf nein muss nachladen ja okay der war übernehmen da war ich gerade treffer wir können auch durchgeht durchgeteilt und sowas durchschließen mit dem Gewehr ey die wollte ich haben ich habe ihn gerade voll auf die Nüsse geschossen voll auf die Nüsse beim 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 und die sie kennen sie sind wie sich die Tätigkeit derjenigen nachdem ich kann ich möchte das doch mal wieder mit dem Klacken gewerken ja ich mag ich habe nicht mehr Achtung, Angst davor, es darf! Ich konzentriere mich deswegen selbst. Ah, von einem Bein! Beins, äh... Gut Deutsch! Ja, wieder 0 XP, yes! Und ich werde unterspringen, ich werde unterspringen, ich habe keinen Bock mehr! Oh, bereit. Ja, ich bin auch bereit, ich bleib bei meinen Waffen. Ich nicht. Hier nicht. Mit ACOG. Bam, badam, bam! Na, na, nächste Mission, bis wir dann mal Korb beschließen rein. Patrick, was du? Ja, wer nimmt die Bombe? Ich kann das, na, warte, mach, du! Ne, 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 ich kann das nicht machen. Ja, und ich gehe in Deckung. Das eh machen, oder? Das ist eh scheiße. Gedrückt halten. Tue ich. Also, entweder ich bin so doof, oder? Soll das, dann mache ich das, okay? Ja. Natürlich, du kannst, ja, wahrscheinlich, wenn ich die Frau bin. Das Spiel ist aber leider nicht frauenfeindlich, äh, ist nicht. Leider. Leider. Ja, ich kann nicht, ey, wie es kommt, ich komme nicht weiter. Ja, jetzt. Ja, jetzt. Ist so leicht. Ja, natürlich. Ja, weil wir zu dritt sind, Alter. Mit so viel ist es, muss es dann noch leichter sein. Zu viel ist das dann, Schleih, ein bisschen schwerer, weil man braucht dann vier Bomben. Hier brauchen wir ja schon drei Bombengruppen, also eine Kriste. Äh, ich würde eigentlich so mit der, also, äh, Rupert, komm bitte wieder zurück. Bin aber grad auch auf, noch mal. Ja, hinten kommen aber auch, nicht, deswegen. er hat sich in den ganzen Torek und ich bin fast gut und Kuh 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 und gleich ist die Spritze die Bombe nehmen und jetzt bin ich weg die Forderung der Dätener sei an der Sorge diese viele ich kann hinten nicht abstecken Alter, das ist scheiße, das ist voll Angie, Mordi Scheiße Scheiße Ich bin mal auf, dann helfe ich hier auch Muss auf, Mordi Mordi Das ist egal Danke, danke, danke Alter, das Mordi Alter, Alter Ich lieg ein bisschen rum Da kommt Mordi Ja, ja, ich lieg ein bisschen rum Da drin sind auch Spritzen Ich hab dir grad eine Spritze gegeben, ja Alter, ich spreche schon wieder, was geht denn hier ab? Weil Ich muss das schaffen, alle Ja, dass er wieder Aber ich bin da Wir brauchen nur noch eine Bombe. Von hinten kommen jetzt viele Achtung. Ich nehme die Bombe, ist nur noch hier vorne des. An die hinter dir. Ich habe gerade vor mir einen mitgemacht. Alter, von wo? Der Raketenschütze ist wieder da. Da ist nur wo ist der? Oben zwischen den... ...wischen auf dem Hügel über dem Tunnel. Hast du ihn gefunden? Ja, ich lass da. Weil ich das beurteilen konnte. Okay, jetzt von der Brücke runter. Wenn ich in welche Richtung Brücke runter... Ja, hier wo wir sind. Ich zünd die Brücke weg. Äh, sprühe die Brücke weg. Geh weg. Ein Fadegemesser. Kein Scheiß, los jetzt! Tschüss. Ciao. Wadum! Sehr gut! Diese... Diese Animation, das ist einfach... ...der Hammer. Episch. Weil die Brücke für noch in Teilen dann intakt ist. Geht durch die Höhle dort vorne. Ich brauche nur noch zu... Äh, hier. Okay, Robert. Das sieht gerade sehr merkwürdig aus, was ihr da macht. Das sieht gerade sehr merkwürdig aus, was ihr da macht. Die Frau, die Rückseite! Ich bin...